ARD Text im Auftrag von Funk Pass auf, ich wollte dich fragen, wann du nach Hause kommst, ich hab so schön gekocht, weißt du? Dieses indische Gericht, was du gern magst mit dem Reis Du, ich muss die Abrechnung bis zum Wochenende fertig haben, ich kann das nicht, nicht rausschieben Ich wusste ja jetzt auch nicht, dass du kochst Scheiße ARD Text im Auftrag von Funk Hast du eine Ahnung, wie es im Moment weiterhin soll? Humpfie 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 Humpfie